Die 12- bis 16-Jährigen haben in der Stadt Bern keinen Platz, wo sie sich treffen können. In den Beizen geht man es raus, auf den Plätzen und Strassen vertreibt man es. Ich bin ein Berner Punker und habe mich zu dieser Anlegung entschlossen, weil ich mich nicht anpassen möchte. Einfach einer normalen Gesellschaft. Wobei ich ziemlich viele Schwierigkeiten eingehe, wie zum Beispiel, dass wir weniger akzeptiert werden. Der momentane Standpunkt von mir ist, dass ich in fünf Beizen Lokalverbot habe. Das finde ich etwas traurig, dass man einander nicht einfach sein kann, so wie man ist und so, wie man gerne sein will. Was ist denn insbesondere an den Punkern? Ich protestiere gegen die Gesellschaft, gegen das Heuchlerische der Gesellschaft. Und wie eben so sein, einfach abgesondert für den Leuten zu zeigen, dass wir nicht zu dieser Gesellschaft gehören. Und wie protestieren sie? Mit Gewalt oder womit? Wir protestieren nicht mit Gewalt, sondern höchstens mit der Anlegung. Die Musik ist ziemlich aggressiv. Und so. Und die Gruppen tun ihre Aggressionen mit der Musik ab, aber nicht so mit Gewalt und so. Und was sind deine Erfahrungen mit Wirtschaften und Jugendzentren? Ich hatte auch schon Probleme mit dem Mikrolino. Denn dort bin ich schon ein paar Mal angerempelt worden, als ich aber noch bin glücklich entschlafen. Und sonst lege ich mich so an, wie ich bin und komme so. Und es ist noch nie etwas passiert. Wird es ein Verbot für Berner Jugendliche, die gegen die Welt der Erwachsenen protestieren? Ein kleines Symptom für ein grosses Problem. Wir haben das probiert einzufangen am Beispiel vom Krach um das Mikrolino, an einem Restaurant der Migros, das sich letztes Jahr in einer Ladepassage der Berner Altstadt etabliert hat. Wir hatten am Anfang die Kundschaft gehabt, die wir wollten. Das hat sich mit der Zeit, nach etwa drei, vier Monaten, ein paar rüppelhafte Kunden eingeschlichen hier bei uns oben. Sie haben mit Veloketteln um sich gefuchtelt. Sie haben ebenfalls die Leute belästigt bei der Konsumation. Sie haben in der Toilette Spiegel abgerissen, sie haben Dächeln demoliert. Auf allen Fällen haben sie sich so unanständig aufgeführt, damit wir die Massnahmen ergreifen mussten. Diese Massnahmen waren folgende. Wir mussten am Mittwoch am Nachmittag zumachen. Wir mussten ebenfalls am Donstagsabend um 7 Uhr zumachen. Wir mussten das nicht gerne machen, denn wir wissen und sind überzeugt, 90 % dieser jungen Kunden sind Anständige, die sich hier oben verpflegen wollen, sich kurz treffen und dann wieder gehen wollen. Ein paar Randalierer gibt es überall, aber mit den Massnahmen, die man ergreift, vertreibt man alle anderen auch. Und dass es nicht die Aufgabe der Migros sein kann, in einem Schnellverpflegungsrestaurant in einem Jugendtreffpunkt mit Betreuung umzufunktionieren, ist klar. Was ziehen eigentlich die 12-, 13- und 14-Jährigen in das nach amerikanischem Vorbild gestaltete Restaurant? Können dir viele ins Migros ein? Ja. Manchmal kommen wir ziemlich viele. Und darauf an, wenn wir in die Stadt kommen, und durchsehen kommen wir auch. Ganz offensichtlich ist ein starkes Bedürfnis nach einem Jugendtreffpunkt da. Im Alter zwischen 12 und 16 Jahren wende und gemühe junge Gelegenheit haben, sich mit Gleichaltrigen in der Freizeit zu treffen. Ausprobieren, wie es so ist, wenn man kein Kind mehr ist und noch nicht erwachsen ist. Ich komme ins Migros, weil es hier billig zu essen und zu trinken gibt. Es sind Schulkollegen von mir. Wir treffen uns hier. Es ist wirklich noch glatt. Sie ist noch glatt, wenn man brav ist und nicht auffällt. Es geht nicht darum, den Migros für ihre Politik den schwarzen Päten zuzuweisen. Die Migros ist ein kommerzielles Unternehmen und kann nicht Aufgaben übernehmen, die eigentlich Eltern und Politiker leisten sollten. Nämlich den Jungen einen Freiraumzug ist da, wo sie ihre Freizeit sinnvoll verbringen können. Nachdem wir jetzt 47 Wirtzhausverbot haben müssen aussprechen, sind wir jetzt der Meinung, dass wir den richtigen Kundenmix gefunden haben und hier oben jetzt Ruhe ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nur wohin gehen sie denn? Die Berner Altstadt hat eine grosse Anziehungskraft auf die Leute aus den Aussenquartieren. Ja, aus der ganzen Region. Ein riesiges Einkaufszentrum zieht, wie überall auf der Welt, auch die Jungen an. Nur, was machen sie denn dort? In Warenhäusern und Restaurants sind halt nur die willkommen, die etwas konsumieren, die anderen sind nicht so gern gesehen. Solange sie sich nur einzeln rumtreiben, kann man nicht viel gegen sie machen. Aber sobald sie sich zusammenrotten, werden die Massnahmen ergriffen, wie auch hier beim früher beliebten Treffpunkt beim Stein in der Bahnhofunterführung. Viele Junge haben auch gar keine Fähigkeit entwickelt, selber etwas zu unternehmen, sich zu beschäftigen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Untertitelung. Wir sind besser, als ihr denkt, behauptet ein anonymer Sprayer auf der Münsterplattform. Warum gerade da? Auch da haben sich eine Zeit lang die Jungen getroffen, bis die Polizei rüpelhafte Elemente gefunden hat und einen Anzieh gemacht hat. Jetzt ist die Münsterplattform jeden Abend ab 9 Uhr geschlossen. Für alle. Musik Was sehen Sie da für eine Entwicklung? Die Entwicklung finde ich, wenn man es so weitermacht, fast zu einer Katastrophe. Und zwar eine Katastrophe in dem Sinne, dass Bern ebenfalls wie alle anderen Grossstädte das gleiche Problem überkommt, nämlich die Gewalt. Wenn man nämlich die betreffenden Jugendlichen wie Aussätzungen oder wie man damals Zygüner behandelt hat oder zum Teil heute noch, einfach immer verdrängt und sagt, wir wollen sie nicht, aber eh die anderen sollen sie übernehmen, dann kommt plötzlich, je mehr das das sind, dann kommt plötzlich der Zustand von denen, dass sie einfach geplatzen. Oder das Ventil muss irgendwo raus, und dann redet man dann nachher von der Jugendgewalt. Und dann kommt dann vor die Eskalation an. Und dann ist es zu spät und ich glaube, wir müssen so weit kommen, dass wir diese Jugendlichen integrieren können. Vorher schon. Integrieren, bevor es zu spät ist. Der Chef vom Berner Jugendamt meint, wir müssten versuchen, die Jungen zu ertragen, auch wenn sie manchmal laut sind und die Erwachsenen auf die Nerven gehen. Man sollte ihnen einen Freiraum zugestehen können, wo sie so sein können, wie sie möchten. Wie ist das in Bern? Hat man da die Möglichkeit, in der Freizeit etwas zu machen? Ja, also in unserem Dorf gibt es nicht so viel. Zum Beispiel am Samstag am Abend gibt es praktisch keine Disconen. Also etwa so alle zwei Monate eine. Und was machst du dann? Sonst würde mit dem Töffchen rumfahren und diskutieren, so an einer Ecke stehen. Ich schaue auf den Fernsehen immer nichts, während sonst nichts zu hören. Ansonsten gehe ich in den Kino manchmal, aber die Lehrer merken, dass wir uns am Abend fortgehen, dann gibt es noch mehr Aufgaben. Was macht ihr in Bern so, wenn ihr frei habt? Ja, am Mittwoch-Nahmittag gehen wir meistens ins Mikroli ein, einfach in die Stadt, oder? Es ist eigentlich nicht viel praktisch los. Die Discon ist so am Nachmittag überhaupt nicht. Und dann gehen wir vielleicht in die Stadt, in die Migrolina. Was macht ihr dann in Migrolina? Ja, so über Sachen reden, über die Schule und so. Und über die Probleme, die wir noch haben. Was habt ihr denn für Probleme? Ja, das Wichtigste ist eigentlich die Schule. So über die Lehre. Ja. Und eigentlich so, eigentlich über nichts sonst. Und dann mehr über so Rauke. Ja, im Sommer so, da kann man irgendwie noch baden, oder da kann man irgendwie so etwas abmachen, an der Aare so, das ist immer noch lustig. Aber so am Winter, am Mittwoch-Nahmittag, da weiss ich also nicht, was zu machen. Schnee, so kuscheln kann man nicht, wir können wirklich nichts machen. Und die Discon hat sie überhaupt nichts. Und eigentlich kannst du sie finden. Es sollte etwas mehr los sein, so wie die Discon oder so am Mittwoch-Nahmittag oder irgendetwas, das man unternehmen kann. Und man weiss wirklich sonst nicht, was zu machen. Einfach in ein Restaurant sitzen, so kann man auch nicht. Dann ist man noch zu jung und so. Ja. Was passiert denn, wenn du in ein Restaurant gehst und bist noch zu jung? Ja, da schiessen sie einem raus oder so. Oder kommt man mit der Polizei jetzt ein, und das finde ich nicht angenehm, so. Am Amittag geht es ja, aber am Abend, was will man da schon machen? Und zu Hause findest du nicht so gut? Ja, nein, zu Hause ist es langweilig. Etwa mal noch ein bisschen das Genusch mit den Eltern, so. Und dann gehe ich auch beliebt etwas fort. Und dann gehe ich auch beliebt.